So, dann schauen wir uns mal die beiden an. Ungewöhnlicher Flohmarkt von Drüttel Hall von Oldtimer bis Retro. Let's go! Und welcome back zu einer weiteren Folge mit den Retro Monkeys. Auch an diesem Wochenende sind wir mal wieder unterwegs gewesen, um auf dem Flohmarkt nach ein paar Schnäppchen zu schauen. Und welche Schnäppchen wir dieses Mal ergattern konnten, das zeigen wir euch im anschließenden Video heute mal nicht. Nicht? Nee. Warum nicht? Mal was anders machen. Ein bisschen andere Folge, ne? Eine andere Folge machen wir heute. Nein, das wollen wir dir noch nicht im Vorenthalten, oder? Nein, da hast du auch recht. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, würde es uns sehr unterstützen, wenn ihr den Kanal jetzt noch kostenlos abonnieren könntet. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die neue Flohmarkt-Folge an. Was soll der denn kosten? Nee, 8 Euro. Fast Euro. Machen Sie da noch was vom Preis her? Eigentlich nicht, aber wenn ich Ihnen sage 5, dann machen wir 6. Dann machen wir das. Was halten Sie davon? Ja. Eine gute Idee, ne? Ja. Ist schon mal was weg. Hier haben wir so einen schönen großen Stammtisch-Aschenbecher. Wie der Name schon sagt, Stammtisch-Kneipenware. Ist bedruckt mit dem Namen einer hiesigen Brauerei. Bezahlt haben wir für das gute Stück hier 6 Euro. Und ich denke, dass wir so einen Verkauf dafür 35 bis 40 Euro bekommen. Ist auch so ein Sammlermarkt. Und da kann man so sagen, je größer, aufwendiger die ganzen Details hier so sind. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob es Brücke heißt, Henkel hier, dieses Teil. Ähm, desto teurer werden die auch. Ach du Scheiße. Und dieser hier, der ist in einem super Zustand. Und ich glaube beinahe, dass er gar nicht mal in Benutzung war. Es ist nämlich nichts abgerieben. Und er hat auch keine Beschädigung oder sonst irgendwas. Daher für 6 Euro ein guter Kauf. Ja, ich bin einfach, kann er ja auch. Was sollen die kosten, die Playstation? Ähm, 90 Euro. Und jetzt mal wieder. What the fuck? Was ist das denn? Oh ja, das ist ja nochmal für. Auch ein Wecker. Ja, 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 ja. Können wir mit nötigen, ne? Ja, ja. Das ist schon eine Batterie, oder? Oder? Nee, das ist noch eine. Oder ist nicht. Ich kann Ihnen aber von vornherein sagen, wir können sie sehr der Preis wegziehen. Nee, nur die Schelle. Der muss mal, die Schelle ist, glaube ich, äh. Äh. Er tut auch gut. Und läuft auch gut. Mhm. Was soll der denn kosten? Mhm. Boba, vielen, vielen Dank für dein Follow. Siebziger Jahre, 3 Euro. Nur die Schelle. Müssen wir mal aufmachen. Erre geht raus. Mhm. Nicht Geld. Wenn ich eine Reparatur von 1 Euro anrechne und wir machen 2. Ist nur was, was ich sehe. Ja, ne? Was ich sehe. Bäm. Ein schönes 70er Jahre Orange in Form eines Plastikweckers. Nachteil bei diesem Plastikwecker, er weckt nicht mehr. Hat der junge Mann ja gesagt. Die Uhrzeit zeigt er an. Nicht nur zweimal am Tag richtig, sondern er läuft wirklich komplett durch. Das haben wir schon getestet. Dass der Wecker selbst nicht geht, ist nicht so schlimm für uns. Wir haben diesen Wecker gekauft, weil wir da so an Deko gedacht haben. Wenn wir Vintage Möbel verkaufen. So kleinen Möbel eher. Nicht große Schränke oder sonst irgendwas. Nachttische, Beistelltische, Schränkchen. Sowas in der Art. Und die dann schon dieses typische 70er Jahre Design haben. Passt dieser Wecker da super zu. Haben wir schon getestet. Und macht sich wirklich gut. Und für 2 Euro, ich denke mal, der wird sich auf lange Sicht mehr als bezahlt machen. Haben die auch nen eigenen Shop jetzt? Oder nen eigenen Vintage Store? Hätte da was nicht mitbekommen. Ja Postkarten und sowas. Sind auch gut. Vor allem für dich? Ja. Fall out. Ja. Ich dachte nie. Ja. Nee. Auch. Immer nicht. Aber. Das bewegt sich nicht. Dann hab ich auch gesagt. Wieso? Freunde. Klassiker. Kameras. Ne? Ist jetzt auch mein neues Ding. Wie alt ist sie denn? Wissen sie das? Ungefähr. Achso. Nur auf Ebay haben die nen Shop. Achso. Ich hab gedacht so ein Offline-Ding wegen dem Wecker jetzt. So ein Offline-Shop. Also halt nen Spielzeugladen oder Retro-Shop. 6 Jahre, aber die wurden glaub ich nie benutzt. Aber das Ladegerät oder sowas? Das hab ich tatsächlich nicht gefunden. Aber ich hab nachgeschockt bei Ebay kriegt man die für günstig. Ja. Was wollen sie dafür haben? 8 Euro. Was ich sagen würde? 5. 6. Dann treffen wir zusammen. Ja. Und hier haben wir einen schönen Digital-Kamera-Deal. Cool. Und zwar haben wir eine Nikon. Upsa. Nikon Coolpix L25 ergattern können. Wir haben 6 Euro bezahlt. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke. Passiert. Gar nichts. Weil ich hier die Uhr einstellen muss. Und wenn ich das überspringe. Und einmal diesen Knopf drücke. Geht das ganze an. Und sie funktioniert einwandfrei. Und wenn man im Internet schaut. Bringt sie so zwischen 30 und 40 Euro. Und ich denk mal. Für ein Einkauf von 6 Euro. Ist das gar nicht mehr so verkehrt. Und jetzt schnell weiter. Oha. Nice. Joa. 30 Euro. Geht auf jeden Fall fit. Der ist noch mal als Waffel ein. Ach ja. Aber das sind genau so die Flohmärkte. Die es bei mir gibt. Genau die gleichen Flohmärkte. Nur das man bei mir nicht verhandeln kann. Ne. Also halt ein Großteil davon. Morgen wird es auf jeden Fall anders aussehen. Morgen hoffe ich auf jeden Fall auf Videospiele. Ne. Videospiele. Ja. Das wirkt. Geisteskrank. Zum Beispiel vorbeugen. Ja. Stimmt. Stell doch das nicht wieder. Da haben wir mal ein ganz anderes wieder. Ja? Ja. Was soll die denn kosten? Zehn. Zehner. Die kannst du ja jetzt hier hinstellen. Hm. Ja. Das ist dann doch so viel. Ein fettes Stativ ist da drauf ne. Äh. Objekt meine ich. Stativ. Da fährt der Kuss zu. Hm. Schon sehr leicht aber. Steht das so? Ne. Da auch nicht. Schlechtes Zeichen. So leicht weißt du? Ja. Aber es ist zumindest irgendwie toll oder so. Cool Farbe. Bisschen authentisch. Machst du den Kuss dafür auch? Nein. Was soll die denn kosten? Ja. Was soll die denn kosten? 12 Euro ohne Kuss ist mir. Ja. Mir ist auch so laut. Mhm. Schön ist so orange. Wie toll soll der sein? Der Tisch? Ja. Wie viel? 80. 80. Wieso lachen sie? Ja. Wenn die Leute dann immer die Augen verdrehen. Achso. Ne. Das ist ja so 70er Jahre schon so orange. Ja. Muss man erst mal kriegen, ne? Ja. Ja. Das ist klar. 80 Euro. Muss man so seitlich rein hängen, ne? Die Boxen dafür haben sie nicht? Ja. Hab ich nicht. Für sie haben sie sieben. Ne, ne. Es hat irgendwie... 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 50 Euro. Das ist auch abgebrochen. Hm. Schade. Willst du es haben? Nein, danke. Die Sonntagsausgabe. Ne, ja. Die Gesamtausgabe. Die Sonntag. Sie kommen eben da jetzt. Hm. Aber ich glaube das ist zu trashig. Das ist irgendjemand. Find ich um 90. Wenn der 5 Meter ist, dann verlassen geht. Egal. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück. 8 Euro komplett. Okay? Ne. Nicht? 5 Euro. 9 Euro. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Das mache ich. So. Jetzt sind wir beim organisierten Verbrechen angekommen. Jetzt haben wir es geschafft. Und zwar... Einmal Big Box PC Spiel. Gangsters. Organisiertes Verbrechen. Interessant? Nein. Ach so. Dann bin ich jetzt dran mit Fields of Glory. Das ist ein Strategiespiel. Ja. Hier steht 3 Euro drauf im Netz. Ja. Ist eher auch was, was man eher wegpackt. Also es ist nicht so interessant. Ist besser als Gangsters. Aber schauen wir mal. Also eine Stufe besser. Eine Stufe besser. Vielleicht 10 Euro wert würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr. Dann ist das so. Dann kommen wir schon zu den etwas besseren Titeln. Und zwar habe ich hier einmal die Gesamtausgabe von Dracula. In einer sehr dekorativen Big Box, wie ich finde. Und die Big Box selber ist auch in einem guten Zustand. Enthalten sind 2 CDs. Und was leider fehlt, ist die Gebrauchsanleitung. Aber man kann nur mit dem arbeiten, was man eben findet. Vom Wert her. 60 Euro haben wir gesehen. Wird es oder wurde es verkauft bei Ebay. Aber das war neu eingeschweißt. Kann man also nicht direkt mit danach vergleichen. Wir rechnen so damit ungefähr 20 Euro dafür zu bekommen. Wir haben hier noch ein Spiel und zwar ist das Bing. Hier steht drauf Sex, Intrigen und Skalpelle. Gut. Was kann man sich darunter vorstellen? Hinten sind auch ein paar Bilder drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich zeig mal ganz kurz. Auf jeden Fall, wir haben hier eine leichte Beschädigung. Irgendwas war da drauf, ein Aufkleber oder was auch immer. Hier ist auf jeden Fall eine Beschädigung dabei. Aber sonst ist das Spiel komplett vollständig. Also wir haben hier die Anleitung. Wir haben hier noch eine Zusatzdiskette. Wir haben hier einmal so Fragebogen vom Hersteller. Die CD in einem sehr guten Zustand. Und noch ein paar andere Hefte. Also es ist komplett vollständig. Und im Internet wird das so für ungefähr 60 Euro gehandelt. Also wir haben ein paar Verkäufe für 60 Euro gesehen. Krass. Und wenn wir da nur einen 40er kriegen, wäre das schon cool. Und insgesamt dann wirklich ein richtig cooler Deal. Ja. Ja. Auf jeden Fall war das gut, ja. Guter Schnapp. Was sagt der Chat? Kenne ich von früher. Hast du auch immer verramscht auf dem Flohmarkt. So 70er Jahre. Orange. Kann man sich ja eigentlich merken, wenn so ein Teil orange ist oder so. Kann man das meistens auch so mitnehmen. Ach der, den hab ich ja gar nicht gesehen. Ja, den hab ich eben schon. Was soll der denn kosten? Was geben sie denn dafür? Was geben sie denn dafür? Ah. Das ist ja schade. Was würden sie denn für alle haben wollen? Für die Reiter hier? Ja. Da können sie denn eigen verkaufen. Okay. Bremsenluxus. Alles Gute, meine Frau. Wird öfter am Hintern gepackt. Ja? Ja. Was würden sie für alle geben? Wie viele haben wir denn da jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, was du hast. Auch acht? Ja, ich meine, manche sind ja wirklich ganz schön hart mitgenommen. 5 Euro. Was stellen sie sich denn vor, so ungefähr? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass die ganz anders gehandelt werden. Das sagt mir zum Beispiel auch gar nichts, ne? Ich glaube mit 150 Euro wäre ich gut dabei, oder? Ja. Ja, sie wahrscheinlich schon. 2, 4, 6, 8. Sie wollten fünf haben? Ich gebe ihnen vier pro Stück. Wie viele möchten sie denn? Ich weiß nicht, wie ganz anders gehandelt werden. 5 Euro ist schon viel zu günstig. Ich weiß es wohl. Die hätte ich ja auch noch dazu genommen, diesen Krug. Aber, was wollen sie denn für den haben? 4 Euro. 4 Euro. Äh, dann... 2 Euro zusammen. Wolltet ihr denn anfangs 150 Euro? What the fuck? Machen wir 40 mit dem zusammen. Na gut, weil sie es sind. Echt? Und weil es Sonntag ist. Willst du doch noch einen, oder? Ne, nimm ich auch noch. Nimmst du den? Dann gibt es aber keinen Rabatt mehr. Ne, dann gibt es keinen Rabatt mehr. Aber das ist auch in Ordnung. Ich tu den da rein und ich hole jetzt das Geld raus. Ja, jetzt hatten wir mal wieder so einen Stand entdeckt. Da waren Sachen, die man wirklich relativ selten findet auf dem Flohmarkt. Was haben wir denn da? Einmal das Glas. Ja. Das war von der Optik her so 60er Jahre, möchte ich sagen. Sehr interessant. Leider hat es hier vorne oben im Plastik einen Riss. Aber es hat das interessante Aussehen. Aber ich sag mal finanziell oder sowas. Oder ist das leider nichts wert. Hätte ich mir wirklich durchaus mehr vorgestellt. Aber gut. Kann man nichts machen. Ist halt ein typischer Bauchkauf. Und der ist in die Hose gegangen. Aber war jetzt nicht so teuer. Vom Bauch in die Hose. Aber jetzt wird es interessant. Ja, ja doch. Hab ich auch schon öfters gehört. Ich möchte nur Einsen verkaufen. Ganz komisch. Lodgiboy. Dankeschön für 12 Stunden. Warte mal. Klappt das eigentlich hier? Mit Watchtime? Weil Watchtime ist letztens auf dem Zweitkanal richtig abgekackt. Wie lange bin ich schon? Ah ja. Zwei Monate und 22 Tage und eine Stunde. Da kommen Sachen, die habt ihr mit Sicherheit, also der eine oder andere mit Sicherheit noch nicht gesehen. Da haben wir dann zum Beispiel hier so eine Steuerkopfplakette. Nennt sich die. Die war vorne bei den alten Fahrrädern. Wenn ihr euch vorstellt, die Stange. Und hier oben ist dann der Lenker. Da ist das vorne dran montiert an dem Rahmen. Das ist diese Steuerkopfplakette von Safe. Und ich habe auch eine Steuerkopfplakette von Bismarck. Die ist nicht mehr so ganz im besten Zustand. Aber haben wir trotzdem mit gebundelt. Wir haben ja einige Sachen mitgenommen. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Schutzblechreiter. Und zwar von NSU. Einen Schutzblechreiter müsst ihr euch vorstellen vorne auf dem Schutzblech. So wie, ich sag mal so eine Kühlerfigur fürs Fahrrad. Waren da drauf montiert. Gibt es heute so eigentlich glaube ich gar nicht mehr. Also ich kann nicht. Nein, bei den neuen Fahrrädern glaube ich es nicht. Das ist eher für Leute, die alte Fahrräder restaurieren. Und dann suchen die genau das. Und damit das authentisch bleibt. Es gibt vielleicht auch welche, die es einfach so sammeln. Die die es so schön finden. Und die sammeln halt Schutzblechreiter. Ich habe hier noch so ein Schutzblechreiter. Auch schwieriges Wort. Von Bismarck. Ich hatte ja hier das passende Gegenstück dazu. Ist aber auch nur 15 Euro wert. Ist der Zustand. Ist der Zustand. Also wirklich. Wenn der Zustand super ist. Dann könnte ich auch natürlich ein bisschen mehr verlangen. Zustand nicht so schön. 15. Ist ja gut. Kriegst du einen 30er. Dann haben wir hier den nächsten Schutzblechreiter. Und da konnten wir das Fabrikat. Kennt ihr mich gar nicht damit aus. Ne. Schutzblechreiter. Oder Schutzblech Emblem. What the fuck. Hat nicht zu ermitteln. Zu sehen ist eine Eiche. Und ein Eichenblatt. In einem Kreis. Wie gesagt. Fabrikat konnten wir nicht herausfinden. Aber wir haben das entsprechende Objekt bei Ebay finden können. Und dieser Schutzblechreiter bringt 25 Euro. Weil der Zustand auch so schön ist. Und ja. Dann haben wir hier auch wieder einen Schutzblechreiter. Immer noch schwer. Von Bauer. 50 Jahre ist so ein Jubiläumsteil. Und das bringt auch so um die 25 Euro. Ja. Ey. Das summiert sich gerade. Das ist komplett irre. So. Und als nächstes noch einen Schutzblechreiter. Auch mit einem Pferd dabei. Der Marke Stricker. Beidseitig zu lesen. Mit dem Stadtwappen. Auch von Bielefeld. Wie ich meine. Und dieser Schutzblechreiter. Weil er wirklich in einem schönen Zustand ist. Ist wahrscheinlich immer untergestellt worden. Nicht so wie dieser hier. Den Witterung ausgesetzt. Also das wäre meiner gewesen. Mein Fahrrad immer im Regen. Meiner auch. Ja. Meins war auch immer draußen. Und dieser bringt auf jeden Fall aufgrund des Zustands ungefähr 65 Euro. Und das ist schon heftig. Das ist cool. Oha. Natürlich auch wie geleckt. Also der ist wirklich. Wirklich. Im super Zustand. Kann man nicht anders sagen. Ja. Weiter geht's mit einem Schutzblechreiter. Immer noch verdammt schwer. Dieses Wort. Und wir haben hier einmal eins. Wo dreimal ein Haar zu sehen ist. Und das bringt um die 30 Euro. Verrückt. Für so ein Stück Metall. Auf jeden Fall. So und jetzt kommen wir zum letzten Schutzblechreiter. Und zwar der Torpedo Schutzblechreiter. Und das ist mit Abstand der teuerste von denen, die wir hier gekriegt haben. Der bringt so um die 75 Euro. Der Zustand ist in Ordnung. Wir probieren das Ganze noch ein bisschen schöner zu bekommen. Aber hier ist nichts abgebrochen. Und muss man halt sauber machen. Und dann kann man dafür 75 Euro bekommen. Und ja. Wir hätten nicht vorne so ein Ding dran. Nun sind wir schon wieder leider am Ende angelangt. Wenn euch das Ganze gefallen hat. Dann lasst doch gerne ein Abo da. Wenn dir das Ganze nicht gefallen hat. Lasst doch gerne ein Abo da. Und schaut nach. Ob es vielleicht besser wird in Zukunft. Ansonsten würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Auf jeden Fall sehr sehr geiles Video wieder hier. Sehr schön. Wirklich. Ja. Also krass. Dass man mit Schutzblechreitern zu viel Kohle machen kann.